Guten Morgen. Heute ist Tag 7 an unserem kleinen Inselcamp. Die veränderte Landschaft bringt es mit sich, dass es nicht mehr so viel Feuerholz haben und dass es schlechter brennt. Aber es ist traumhaftes Wetter. Einmal rundherum. Es ist immer noch ein bisschen windig, aber es ist wunderschön hier. Es war am besten Tag ein bisschen ruhig, aber toll. Ich bin noch ein bisschen verpennt. Jetzt fangen wir den einfach mal an.